Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Oh yeah, weiter geht's. Und das noch immer am selben Aufnahmetag. Ja, ich habe gesagt, ich mache für heute Schluss, es war ja auch Mittag. Aber jetzt habe ich am Abend noch Zeit zum Aufnehmen, weil meine bessere Hälfte ist heute Klassentreffen. Und ja, da nutze ich doch gleich die Zeit und werde noch ein bisschen was aufnehmen. Ja, einfach und unkompliziert. Zerstört den Flugeffekt und hier ebenfalls, würde ich sagen. So. Und so. Und den nehmen wir natürlich auch mit. Was haben wir denn da? Magisches Werkzeug. Okay, das hatten wir schon. Alles klar. Gut. Das packe ich mal hier hin. Äh, gut. Weiter geht's. War hier irgendwas? Nein. Ähm, einen Moment. Falls ich wieder nebenbei etwas husten muss und öfters muten muss, so geht's gerade eben. Ihr wisst ja, das liegt daran, dass ich momentan einen etwas gereizten Hals habe. So. Das soll uns aber nicht abschrecken. Wir werden trotzdem weiter let's playen. Jo. Weiter zocken. Äh, ja. Da sind wir. Wo geht's hier lang? Hey, da haben wir schon zwei von diesen Felstypen. Oh mein Gott. Ja, ja. Das ist wieder super. Würdest du bitte abkratzen? Danke. Danke. Alter. So, das schon mal. Puh. Das war jetzt etwas ungut. Okay, die Truhe hatten wir schon. Ähm. Ich trinke mal was. Hier unten war nix, oder? Nein. Was? Dann gehen wir weiter. Aha, das sind wir hier jetzt. Okay, da müssen wir... Verdammt, wo bin ich jetzt gekommen? Ah, da. Das heißt hier rüber. Da müssen wir. Okay. So. Hey, super. Nochmal eine Notiz für uns. Ah, da. Also, wieso habe ich ihn jetzt bitte? Um Gottes Willen. So habe ich jetzt bitte Pfeile ausgerüstet gehabt? Also, Bogen. Das ist für das typisch ich. Äh, ich. Alter, geh ein. Ich habe nichts mehr zum Saufen. Das ist natürlich auch super. Das ist fabelhaft. Da. Zack, zack, zack. So, den haben wir auch erledigt. Sehr gut. Alter Schwere, da habe ich wieder Blödsinn gemacht. Hm. So. Der ist erledigt. Der ist auch erledigt. Nächster Raum. Okay. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier nicht klick, ich verrecke. Wow. Okay, ich werde hier verrecken. Ja. Das ist so klar wie Kloßbrühe. Ich kann jetzt auch nicht in mein Inventar rein, ne? Ja, das war klar. Oh je, Mini, das war schlecht. Na gut. Das war sehr schlecht. Was? Hä? Warum werde ich rausgeschmissen? Echt jetzt? Okay, das mit diesen Notizen habe ich nicht hinbekommen. Jetzt ist schon wieder Tag. Jetzt ist doch der Tag, wo man... Ja. Wo man den Handel machen müssen. Schade. Die Notizen habe ich nicht hinbekommen. Äh, was war denn das jetzt, Alter? Na ja, Pech gehabt. Ähm. Dann werde ich meine... Dann werden wir das vielleicht so mal probieren. Da ich das jetzt total versammelt habe. Ähm. Wir haben eigentlich eh nichts zum Handeln, um genau zu sein. Der Auftrag ist sowieso verloren. Da habe ich Pech gehabt. Da habe ich Mega Pech gehabt. Die nehmen wir mal mit. Die brauche ich jetzt eh. So. Da gehört dringendst mal Ordnung gemacht. Wirklich. Da schaut's aus. Katastrophe. Wirklich wahr. So. Ich bin von mir selber enttäuscht, ja. Ähm. Mhm. Ähm. Ich würde sagen, wir geben das zum Verkauf. Das zum Verkauf. Das hier und das hier. Na, die Wurzel. Wirklich. Da habe ich nicht so viel, oder? Lieber nicht. Äh, Knolle brauchen wir jetzt, ne? Habe ich gesehen. Da habe ich mich verdenkt. Da haben wir zu wenig. Vier Stück nur. Mhm. Mhm. Ja. Jo. Ähm. Was können wir noch geben? Das Wasser bringt sie nichts. Da brauchen wir 10. Das ist der, glaube ich. Mhm. Jo. Lassen wir es mal so. Hoppala falsch. Ähm. So. Dann von mir aus gehen wir die beiden hier zum Verkauf. Wobei das bringt sie halt echt null. Das bringt sich halt echt nur, also wirklich gar nichts. Okay, zwei. Hoppala. Ähm. Mit 200 ist hier definitiv zu wenig. Ähm. Wir werden mal 2000 auch versuchen. Aber erst beim nächsten Mal. So. Da wir diesen Auftrag hier jetzt in der Fülle können, können wir genauso gut wie in den Dungeon gehen, ehrlich gesagt. Das ist dann schon, ist dann schon egal. Ähm. Ich muss nur schnell nachdenken. Was brauchen wir? Also Knolle brauchen wir jetzt noch. Und diesen Patrouillen. Golem. Notiz. Stimmt. Muss ich schnell schauen, ob wir hier noch irgendwo eine Knolle haben. Nein. Ich dachte, ich hätte 5. Aber wahrscheinlich, weil ich das eine bauen habe lassen. Klappt das nicht, ne? Egal. Dann gehen wir jetzt auf die schnelle Stelle in den Waldtempel. Ähm. Weil wie gesagt, verkaufen kann ich vergessen. Das wird nichts. Also schnell in den Waldtempel. So. Die Knolle versuchen zusammen zu sammeln. Und dann Wüstentempel. Jo. Und ich denke, da werden wir mal für ein paar Tage keine Aufträge annehmen, glaube ich. Zumindest denke ich mal. So. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und nächster Raum. Zack, zack, zack. Türe muss ich lösen. Entschuldigung. Gibt es hier unten was? Ja. Ah, sehr gut. Dann machen wir mal. Jetzt kommen wir mal auf die Knolle. Türe muss ich... Ba, 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 ba. Dü, dü, dü. So, dann war er weg da. Zack, 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 zack. Ach Gott. Na, das wurde jetzt aber. Oh, das war ein Wartel. Das ist auch gut gegangen. Du mit deinem Laubwurf da, du Glattelhaini. So, sehr gut. Was haben wir denn da drin? Wurzel und Seemege. Sehr gut. Dann gehen wir wieder. Nein, ich bin weg. Genau. Hier geht es nicht weiter, sondern hier zurück. So, dann gehen wir mal den Weg. Können wir nicht rauf gehen, oder? So. Halt. Der könnte was haben. Yeah. Was hat er denn da Schönes? Kämpferhandschuhe. Das ist fein. So. Musste ich schon wieder husten. Entschuldigung. So. Und weiter geht's. So. Und was haben wir hier drin Schönes? Jetzt haben wir Nährboden, ne? Das ist echt eine Frechheit, ist das. Jetzt kommt der Nährboden. Schweinshackse da. Echt unglaublich. Ist ja wahr. So. Ich glaube, wir werden aber gleich die Ebene wechseln. Sofort und auf der Stelle. Weil ich glaube, in der Ebene 2 gab es nur die alte Knolle. Und jetzt gehen wir die Farm. So. Halt. Na. So muss es ausschauen. Gestern. So. Zack, 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 zack. Der ist auch erledigt, zum Glück. Der ist auch erledigt. Und nächster Raum. Die haben keinen Platz mehr. Super. Warum nicht mehr? Weil? Ja, weil wir voll sind. Eh klar. Ähm. Ah, mal so. Ein paar Sämlinge sammeln. So. Da ist nichts mehr gut. Da ist auch nichts gut. Bap, 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 bap. Da, nächster Raum. Tap, tap. Ja, machen wir gerade ja aus. So. So, zack, zack. Und du kleiner Kniff, so, so. Da haben wir Holz. Zerstört den Flucheffekt. Zerstört bei Rückkehr den Gegenstand. Gut. Ähm. Würde ich mal sagen. So. Äh. Falsch. Nein. Ach, gekon. Unglaublich. Dann würde ich sagen. So. Kann man hier irgendwas stacken? Nein. Ähm. Ja, dann muss ich den leider wieder hergeben. Verdammig. Geht nicht anders. Zerstört den Flucheffekt. Von einer Wurzel könnt ihr mal nehmen. Dann kann man die stacken. Na, kann man nicht stacken, ne? Nein. Weil der ebenfalls noch einen Fluch hat. Meh. Egal. Die Wurzel ist, glaube ich, trotzdem zu wenig wert. Muss ich wieder opfern? Das ist furchtbar, ich weiß. Ähm. Und das brennt Staub. So. Jetzt haben wir genug Platz. Aber immer noch keine alte Knolle. Deshalb werde ich hier zum Eingang zurückkehren, also hier. Und werde einmal ein Portal stellen. Damit wir von hier abhauen können. die Taschen ausleeren können und dann wieder rein. Jetzt kriege ich das mit der alten Knolle nicht hin, ne? Ich habe zu viel verkauft. Ich war wieder zu gierig. Ich habe mich verlesen gehabt anscheinend. Oder es ist beim Basteln mir leider Gottes da. Beim Aufwerten des Bogens, glaube ich, ne? Was in die Hose gegangen. Naja, was soll's. Das ist halt nicht. So. Also ausleeren. Da. Halt. So. Und weiter. So. Und noch mal. Das ist halt wirklich glücksbedingt, ne? Wie's ausschaut. Und ich habe einfach kein Glück momentan. Das ist echt furchtbar. So, dann schauen wir noch mal. Das ist halt nicht. Das ist halt nicht. So. Zack, Zack. Unfassbar, diese Husten. So. Lala. Zack, zack. Könnt ihr nicht Knollen verlieren? Herrschaftszeiten. Das ist ja fürchterlich. Trümmerzwerte ist der eine Raum, ne? Ja. Da unten ist vielleicht auch nichts. Oh doch, da ist was. Oha. Da haben wir was gefunden, aber immerhin nicht das, was ich wollte. Keine alte Knolle. Nichts gut. So. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Super. Da ran. Was, da haben wir alles. Da geht's eh nicht. Zack, zack. Zack, zack. Da hier, zack, zack. Und da, zack, zack. Na, nimm mit. So, da unten geht's noch weiter. Warte, warte, warte. Alles voll mit Gift. So. Dann geht's da drüben in die nächste Ebene. Da will ich noch nicht hin. Ach, jetzt lauf ich da rein. Super gemacht. So. Da rüber, rüber. So, zack, zack. Zack, zack. So. Schwuppdiwupp. Nein. Das wollte ich jetzt nicht. So. Zack, zack, zack. So. Nächster Raum. Zack, zack, zack. 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 Bamm, 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 bamm. Sehr gut, sehr gut. Komm. Sehr gut, sehr gut. Da haben wir drinnen. Wieder nix. Hm. Das ist interessant. Aber ein Pech hat auch. Richtiges Pech. Richtiges Pech ist das. Hoppala. So. So. Ist da unten noch was? Nein. Gut. Ja, da lebt noch was. Ach, den. Meine Güte, den habe ich nicht gesehen. So, jetzt haben wir es. So. Gehen wir schnurstracks zurück. Ja, heilen tun wir auch noch schnell. Ja. War man eigentlich da oben schon? Nein. So. Und das haben wir hier drinnen. Ja. So. Okay, da haben wir Obst. Dann. Können wir das hier noch? Okay. Und das hier. Jawohl. So geht's. So. Zack. Zack. Und zack. Ja. Aber wie denn? Also noch immer nicht das, was ich möchte. Eine alte Knolle. Du Knolle. So. Zack, zack, zack. Schauen wir mal, ob hier noch was tut das. Nein. Dann wechseln wir halt die Ebene. Jetzt kriegt das Bein halt nicht hin, oder was? Ist ja ungeheuerlich, sowas. Dann versuchen wir weiter, und zum Glück. So. Gut, da ist nix. Das trifft sich gut. Gehen wir wieder ein bisschen genesen. So, hier rüber. So. Ui. Und Zweihänder. Wie mega. Dann können wir jetzt unsere... Also die Zweihandwaffe machen, die ich gerne schon immer machen wollte. So, das muss ich leider verschießen. Ja, mit dem Schwert. Jetzt haben wir eine alte Knolle. Super. Gegenstand nach Hause schicken. Da wäre ich dafür, dass wir das Schwert heimschicken. Ehrlich gesagt. So. Und ich werde dafür... ...dass wir die Knolle gleich heimschicken. So. Jetzt kann ich das jetzt decken. Was haben wir noch? Gegenstand geht kaputt bei zu vielen Treffern, ne? Genau. Das werden wir auch versuchen zu verhindern. So. Auch das hier wäre mal verschrotten. Dann gehen wir das magische Holz, das noch mal mit. Und auch... Nein. Das wäre mal verschrotten. Ich weiß, das ist wahrscheinlich mehr wert, das andere. Aber... ...ist ja wurscht. So. Passt. Dann können wir jetzt eigentlich nach Hause gehen. Wir hätten die fünf Knollen. ...und das passt. Würde ich sagen. Wir porten uns heim. Das passt schon. Ist zwar nicht optimal. Ausgenutzt der Dungeon, aber es passt schon. Dass wir wenigstens den Knollenauftrag erledigen können. Wenn ich sonst schon nichts hinkriege. Dann tun wir mal. Tun wir zuerst wieder alles schön rein. Wie es sich gehört. So. Und jetzt suchen wir die alte Knolle. Hier vier Stück. Da oben müsste auch eine sein. Ja. Und unser Schwertchen. Das will ich aber allerdings... ...das möchte ich gern probieren. Beim Schmied verbessern. Servus, Herr Schmied. Und zwar jetzt sind wir hier. Das haben wir bekommen. Tatsächlich, das wird schon mal gehen. Und geht das auch schon? Nein. Uns fehlen noch zwei von diesen Dingen. Aber das Schwert kann jetzt verlieren. Und wie viel Schaden macht unseres hier? Das ist ein bisschen schwächer. Okay, das macht mir damage. Dafür sind wir langsamer. Ja, was eigentlich logisch ist, ne? Stimmt, den haben wir auch bekommen, ne? Dann können wir... Uppala. Entschuldigung. Dann können wir den draus machen, ne? Dafür haben wir zu wenig, okay. Dafür haben wir auch zu wenig. Hier schaut's mit Rüstung aus. Nach wie vor der Sand fehlt, ja. Also... Haha, hoho. Wenn man Sand hätten, kann man das, dann könnte man das machen. Okay. Ähm... Ich möchte wirklich gerne mal die Waffe hier ausprobieren. Aha, das ist auch... Okay. Die möchte ich gerne mal ausprobieren, den Zweihänder. Ich, äh... Werd' unsere Waffe hier... Mal in unsere... Ähm... Unsere Box geben. Nehmen wir die dafür her. So. Oh! Ich hab' ne Knolle dafür gebraucht. Ich bin so blöd. Zwei Knollen hab' ich gebraucht. Ups. Okay, wir können den Knollenauftrag nicht erfüllen. Erfüllen. Ich hab's vor... Ja, ich hab's grad verbrocht, seh ich grad. Ja. Schön. Okay, vergiss es. Ähm... Hupf in Gatsch. Das ist die Gier bei mir. Echt, das ist immer das Gleiche. Ach, scheißlich. Ach, was soll's? Was ärgere ich mich da? Bin selber schuld. So. Gut. Das war wieder Epic Fail. Ähm... Ja. Den behalte ich auf. Den Trank probier ich zu verkaufen. Das probier ich zu verkaufen. Das lassen wir noch. Mh... Das können wir mitnehmen. Ähm... Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. War da nicht irgendwo einzeln ein Krug? Fünf. Na, hab mich getäuscht. Ähm... Da brauch ich ja schwerer zu verkaufen, weil ich schwerer zu den Auftrag verbockt hab. Kann ich die Zeit mir gar nicht sparen? Boah, ich bin so blöd. Ich hasse mich selber. Ähm... Gut. Gut, da kann ich jetzt... Also da weiß ich jetzt selber nichts mehr drauf zu sagen. Halt verzaubernd vergessen. Das kann ich noch schnell machen. Ähm... Ja, das war jetzt richtig blöd von mir. Tut mir sehr leid. Ähm... Hab die Knolle verbraten. So. Ach, wie bitter. Aber so ein Glück hab ich, glaub ich, nicht, ne? Dass der für mich jetzt hier eine Knolle hätte. Tatsächlich. Wow! Das zahlt sich nicht aus für den Auftrag. Ne. Das zahlt sich echt nicht aus. So. Grüßt. Ja, da denke ich. Ähm... Wie viel können wir hier machen? Zwei? Jo, machen wir zwei. Wie viel gehen hier? 16. Jo, machen wir gleich. Hier geht natürlich nichts, weil wir das noch nicht haben. Ähm... Verzaubern noch. Hoppala. So. Und zwar... Jo, da gibt er ordentlich Damage. Ja, bitte. Gleich nochmal. Ja, bitte. Und einmal geht noch. Ja, bitte. Dann. Das zahlt sich, glaub ich, alles nicht aus. Ich werd den Handschuh verkaufen, probieren. Bei passender Gelegenheit. Ich bin jetzt so der... Wie sagt, von diesen... Wie soll man sagen? Diese Kampfhandschuhe, oder wie soll man sagen? Diese Waffen... Diese Waffentyp, der liebt mich nicht so, ehrlich gesagt. Aber das Schwertchen ist schon entzückend. So, dann müssen wir jetzt wieder hier rein. Weil ich es ja verbockt hab. Und bei der Gelegenheit, wo er grad speichert, werden wir den Part beenden. Was sind eh schon gleich 30 Minuten. Und dann machen wir den nächsten. Ich glaub, das ist besser so. Gut. Okay, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bin so doof. Aber ihr seid mich eh schon gewohnt. So, würde ich sagen. Na gut, ihr Lieben. Das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsch euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.